Wissen Sie, was Index-Schmuzer sind und was Index-Schmuzer von wirklich aktiven Fondsmanagern mit guten Ideen unterscheidet? Volker Schilling weiß es, er ist Vorstand bei Greif Capital Management in Freiburg, in Breisgau und mit ihm rede ich auch darüber, was wirklich aktive Fondsmanager auszeichnet, woran man sie erkennt und welchen Mehrwert sie produzieren. Schönen guten Tag, Herr Schilling. Hallo, Herr Gerscher. Schon geschmust heute? Ja, natürlich. Das gehört ja zum allgemeinen Wohlbefinden wohl dazu, aber nicht so sehr an der Börse, wie ich ja gerade auch schon in der Anmoderation gehört habe. Ja, ich meine jetzt mit einem Index. Schmusen Sie mit Indizes. Und was ist das überhaupt? Vielleicht erklären Sie es mal kurz. Naja, wenn man so will, dann machen das die meisten Anleger ja tatsächlich. Nämlich in dem Fall, wenn sie einen Indexfonds kaufen, dann bildet dieser Indexfonds ja 1 zu 1 den Index ab. Ich würde sagen, da ist er deckungsgleich unterwegs. Wir haben aber auch in der Fondsindustrie viele Fondsmanager, die sehr nahe am Index arbeiten, die also in der Regel auch die Aktien des Indizes in ihrem Fonds haben, die auch nicht stark davon abweichen, vielleicht mal ein bisschen über- und untergewichten. Und das sind diejenigen, die ich als Indexschmuser bezeichne. Warum? Diejenigen Fondsmanager, die so nahe an einem Index arbeiten, haben in der Regel überhaupt gar keine Chance, einen Mehrwert gegenüber diesem Index zu erzeugen, weil diese Fondsmanager in der Regel auch von Kosten haben und diese Kosten dafür sorgen, dass sie regelmäßig underperformen. Deswegen haben wir ja auch die Situation am Fondsmarkt fast weltweit, dass die meisten sogenannten aktiven Fondsmanager schlechter sind als der Index. Und was ich kritisiere ist, dass wir gar nicht die Aktiven uns anschauen, dass wir uns oft in solchen Studien und Untersuchungen leider auch genau diese Indexschmuser anschauen. Und wenn wir doch mal ganz ehrlich sind, die können wir alle nahtlos ersetzen durch ETFs. Das bringt mich natürlich zu der Frage, was ist denn überhaupt Aktivität in einem Fonds? Wie misst man sie? Und warum ist Aktivität eigentlich überhaupt so wichtig? Wenn man überlegt, ich möchte mich besser entwickeln als ein Index, beispielsweise als der DAX oder der S&P 500, dann muss ich ja eigene Ideen haben, irgendwas anders zu machen als dieser Index, sonst kann ich ihn gar nicht schlagen. Also per Definition ist Aktivität ein notwendiges Kriterium, um überhaupt eine Outperformance zu erzielen. Wenn ich passiv bin, wenn ich am Index arbeite, kann ich nie besser sein als dieser Index. Aber auch nie schlechter. Das ist ja der Grund, warum ETFs auch so gerne angeboten werden. Aber möchte ich besser sein, dann muss ich aktiv sein. Und dann reicht eben ein bisschen Aktivität nicht aus, sondern da muss ich ganz gezielt andere Akzente setzen. Und diese anderen Akzente, die kann man messen. Die Abweichungen von so einem Index, die kann man in einem Fonds messen, um wirklich nachzuweisen, ob ein Fondsmanager wirklich aktiv ist oder nur semiaktiv oder eben sehr nahe am Index schmust. Und mich interessieren ja eigentlich nur die Fondsmanager, die wirklich hochaktiv sind, damit sie überhaupt eine Chance haben, einen Mehrwert zu erzeugen. Und an der Stelle noch eine kleine Ergänzung. Bitte Aktivität nicht verwechseln mit Aktionismus. Also ein Fondsmanager ist nicht dann hochaktiv, wenn er dauernd tradet oder seine Aktien permanent kauft und verkauft, sondern wenn er sich gezielt anders aufstellt als sein zugrunde liegender Index. Sie haben den Erfolg von Aktivität angesprochen. Wie genau misst man den denn eigentlich und welche Faktoren sind für den Erfolg von Aktivität überhaupt verantwortlich? Aktivität lässt sich bei Fonds mit zwei Kennzahlen messen. Und das ist ganz interessant, die beiden auch mal gegeneinander zu halten. Wir haben das gemeinsam mit unseren dualen Studenten auch getan, in diversen Arbeiten, um uns das einmal genauer anzuschauen, ob das wirklich auch gute Kennzahlen sind, um die aktiven Fondsmanager herauszufinden. Die erste Kennzahl ist der sogenannte Active Share. Ich werde jetzt keine akademische Abhandlung darüber handeln, was der Active Share ist, aber der Active Share misst zu einem gewissen Stichtag die Unterschiede des Inhaltes eines Fonds zum Inhalt eines Index. Also kurz gesprochen, wie viel von Aktie X hat er mehr oder weniger in seinem Fonds als der Index und diese Abweichungen werden summiert. Das Interessante ist, dass das schon zeigt, ob ein Fondsmanager wirklich aktiv ist, ob er sich wirklich aktiv anders aufstellt als der Index. Aber der große Nachteil des Active Share ist, dass es eine Stichtagsbetrachtung ist. Das ist wie wenn Sie in einem ganz dunklen Raum stehen und es macht einmal ein kurzes Blitzlicht und man sieht dann das Portfolio des Fondsmanagers. Ich kann aber nicht sagen, ob er immer aktiv ist oder ob das nur eine Zufallsgeschichte war, dass er an dem Tag hohe Abweichungen hatte oder nicht. Deswegen finde ich die zweite Kennzahl zur Messung von Aktivität viel spannender. Das ist der sogenannte Tracking Error. Der Tracking Error ist im Gegensatz zum Active Share eine zeitraumbezogene Messung. Und zwar kann ich über verschiedene Zeiträume messen, über 1, 2, 3, 5 bis zu 10 Jahren oder länger, kann ich messen, inwieweit die Entwicklung des Fonds, also seine klassische Chartentwicklung, von der Entwicklung des Index abweicht. Das ist, wenn man so will, auch eine Art Volatilität, eine durchschnittliche Abweichung zum Index. Und je stärker diese Abweichung ist, je höher der Tracking Error ist, desto aktiver ist ein Fondsmanager. Und ich muss an der Stelle noch etwas aufklären, was mir persönlich ganz wichtig ist, weil in der Fachliteratur der Tracking Error gerne als Risikokennzahl bezeichnet wird. Getreu dem Motto, je höher ein Fondsmanager einen höheren Tracking Error hat, desto risikoreicher ist er. Da bin ich persönlich ganz anderer Meinung, aus dem einfachen Grund, ich habe nichts gegen das Risiko, wenn ein Aktienmarkt 10% verliert und mein Fonds 10% Plus macht. Das ist eben für mich kein Risiko. Deswegen begreife ich den Active Share nicht als Risikokennzahl, sondern als eindeutige Kennzahl zur Messung von Aktivität. Ist der Fondsmanager wirklich aktiv? Und ob er damit erfolgreich ist oder nicht, das sagt der Tracking Error ja gar nicht aus. Ich kann ja auch in die falsche Richtung abweichen vom Index. Ich kann ja noch schlechter sein als der Index. Aber erst mal misst der Tracking Error die Aktivität und da es zeitraumbezogen ist, ist es für mich die bessere Kennzahl, um wirklich die Fondsmanager zu finden, die auf Dauer aktiv sind. Ja, und das ist ja schließlich jetzt genau die Frage, wie findet man Fondsmanagern mit nicht nur guten, sondern wirklich auch den besten Ideen und ist dann mit auch gewährleistet, dass sich diese besten Ideen in einem entsprechenden Mehrwert niederschlagen? Also wir untersuchen die Aktivität von Fondsmanagern inzwischen quartalsweise. Einmal im Jahr veröffentlichen wir das sogar in einer großen deutschen Finanzzeitschrift. Was sind also wirklich die aktiven Fondsmanager? Und was mich dann noch interessiert, im zweiten Schritt hat diese Aktivität auch einen Mehrwert erbracht. Also konnte man mit den hochaktiven Fondsmanagern wirklich auch dauerhaft den Index schlagen. Wir kennen ja alle die Statistiken, dass, sag ich mal so grob im Schnitt, 80% aller Fonds würden den Index nicht schlagen. Das ist ja immer so ein Argument, auch ausschließlich in ETFs zu investieren. In diesen ganzen Studien, die zu diesen Ergebnissen kommen, sind aber alle Fonds in dem Topf drin, eben auch diese Index-Schmuse oder die nahe am Index arbeiten. Und ich mache die gleiche Untersuchung, jedes Jahr und schaue mir nur noch den Topf an mit den hochaktiven Fondsmanagern. Und dann wird es spannend. Dann finde ich Peergroups, also Vergleichsgruppen, wo sich dieses Verhältnis tatsächlich umdreht, wo also dann plötzlich 80% dieser Hochaktiven den Index schlagen. Und ich finde aber auch leider Peergroups, wo ich sagen würde, da lohnt es sich immer lieber, eine ETF zu kaufen, weil es selbst die Aktiven nicht schaffen, einen Mehrwert zu erzeugen. Aber in den Peergroups, wo es die Aktiven zu einer hohen Prozentzahl schaffen, ist es für mich noch mal spannend zu gucken, warum ist das so? Und da setze ich auf eine Studie auf, die 2021 drei Amerikaner gemacht haben. Die liegt auch hier auf meinem Schreibtisch. Anton, Cohen und Polk heißen diese drei Herren, die untersucht haben, ob die besten Ideen, die Fondsmanager in ihrem Fonds haben, also die Aktien, die sie besonders stark gewichten, denen sie besonders viel zutrauen, ob die auf Dauer einen Mehrwert erzeugen. Und das ist interessant, diese Studie, sehr lang, aber es lohnt sich, diese Studie wirklich zu lesen, kommt zu dem Schluss, dass die wirklich aktiven Fondsmanager mit ihren besten Ideen eine Outperformance von jährlich bis zu viereinhalb Prozent erzielen. Und das macht es interessant, weil andere Aktien, die sie alle auch noch drin haben, die erzielen nämlich gar keinen Mehrwert. Das sind tatsächlich die besten Ideen, die diese Outperformance erzeugen in einem Fonds und weniger die 200 Fonds dahinter noch oder 50 oder 30 Fonds dahinter noch. Die braucht man leider zu Diversifikationsgründen oder weil ein Fonds eine gewisse Mindeststreuung haben muss oder weil man die Volatilität reduzieren will. Aber diese besten Ideen, die sorgen dann für den Mehrwert, sodass es sich lohnt, in Fondsmanager zu investieren, die erstens hochaktiv sind, mit ihrer Aktivität einen deutlichen Mehrwert erzielt haben zum Index über unterschiedliche Zeitreihen und am besten Fondsmanager, die konzentrierte Portfolien haben, also die sich wirklich fokussieren auf bestimmte Bereiche, Themen, Sektoren, Regionen. Einmal angenommen, ich würde diese Studie jetzt nicht lesen wollen. Die Frage, wie könnte ich denn als Investor die Messung von Aktivität und Erfolg für mich nutzen? Ja, als Privatinvestor ist es oft schwierig, weil man natürlich nicht unbedingt immer an die Kennzahlen kommt. Inzwischen gibt es einige Plattformen, wo ich solche Kennzahlen wie beispielsweise den Tracking Error abfragen kann. Eine zweite Kennzahl, die ich ganz spannend finde, ist das Information Ratio. Das misst diese Aktivität ins Verhältnis zum Mehrwert. Das ist ähnlich wie so Autofahren, Kilometer pro Stunde. Das ist sozusagen der Mehrwert pro Aktivität, die man eingegangen ist. Also auch eine ganz interessante Kennzahl, kann ich über Datenbanken abfragen. Wir haben einen eigenen Link auch dafür eingerichtet, wo wir diese Studie, die ich genannt habe, die wir jährlich durchführen, wo man sich die besten aktiven Fondsmanager auch anschauen kann. Und ein Weg wäre sozusagen, in diese Fondsmanager zu investieren, in Form eines diversifizierten Portfolios. Vielleicht gibt es auch Dachfondsmanager da draußen, die sowas umsetzen. Das wäre ein Weg, also diese Fonds zu kaufen und sich ins Portfolio zu holen. Ein anderer Weg wäre beispielsweise, die interessantesten, besten Ideen aus den aktiven Fondsmanagern auszulesen, aus ihren Portfolien. Fondsmanager sind die verpflichtet, transparent zu sein, ihre Top-Ten-Holdings zu veröffentlichen, diese auszulesen und daraus beispielsweise einen eigenen Fonds zu machen. Das ist eine Aufgabe, die wir beispielsweise in unserem Hause umsetzen. Also, wie man von den besten Ideen aktiver Fondsmanagern profitieren kann und vielleicht weniger auf Index-Schmuser setzen sollte, darüber habe ich gesprochen mit Volker Schilling. Er ist Vorstand bei Greif Capital Management in Freiburg im Breisgau. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Schilling. Sehr gerne.